Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wochenhoroskop von 24. September bis 30. September 2018 nach indischen Astrologie Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlicher Astrologie das kennen. Die indischen Astrologie berücksichtigt, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Auch wenn das minimal ist, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht es schon etwas aus. Und diese Berechnung ist übereinstimmend, so wie die Astronomen das auch berechnen. Wenn Sie diese Aufnahmen anschauen, diese Wochenhoroskopen nach indischen Astrologie, dann empfehle ich Ihnen, die Geburtshoroskop umrechnen lassen nach indischen Berechnung, nach indischen Astrologie. Weil es ist eine andere Berechnung, ein anderes Ergebnis. Und das kann passieren, wenn jemand meint, ist in Tierkreis Zeichnen Jungfrau geboren. Das ist gar nicht Jungfrau, sondern sind in Tierkreis Zeichnen Löwe geboren. Oder wenn jemand meint, ist in Tierkreis Zeichnen Steinbock geboren. Und in Wirklichkeit ist gar nicht in Tierkreis Zeichnen Steinbock, sondern in Tierkreis Zeichnen Schütze geboren. Aber das gilt nicht nur um die Sonnenposition, sondern auch Mond und die Planeten. Es gibt einen gewissen Unterschied, auch bei Ascendant. Ich kann das anbieten als Blitzberatung. Und jetzt schauen wir die Ereignisse an bis 30. September. Am 27. September 2018 steht Mond in Konjunktion zum Uranus in Tierkreis Zeichnen wieder. Uranus bringt unerwartete Ereignisse, Umbrüche, Veränderungen, außergewöhnliche Begegnungen, außergewöhnliche Ereignisse. Mond aktiviert die Uranus-Energie und das ist natürlich möglich, dass in diesem Tag eine Überraschung kommt. Und mit Tierkreis Zeichnen wieder kommt die Wider-Energie dazu, auch ein Neuanfang oder die Begeisterung von etwas Neues. Wobei Uranus ist rückläufig in vielen Fällen, sind auch Themen von Vergangenheit oder meldet sich jemand von Vergangenheit. Am 30. September ist Pluto im Stillstand in Tierkreis Zeichnen Schütze und nach diesem 30. beginnt dann die Vorwärtsbewegung. 30. ist also Stillstand. Es bleibt alles stehen. Die Themen sind bei Pluto Energie, die inneren Kraft. Und das empfehle ich, besonders bei den Schützengeborenen in diesem Tag nach innen schauen oder meditieren. Und bei Pluto Themen ist oft auch das Loslassen von Trennen etwas, Kündigen, Verabschieden von etwas. All das, was uns stört. Oft sind es eigenen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Jetzt die einzelnen Wohenthemen, Klarheit, Orientierung, die Wahrheitssuche und auch Erfolg, Glanz im Mittelpunkt zu stellen. Diese Themen trifft sehr gut die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen. Entweder haben sie Klarheit oder sie erfahren die Wahrheit, haben mehr Glück, sie bringen etwas im Glanz und sie verspüren auch diese schöpferische Kraft. Diese Energie spiegelt etwas für die Fischengeborenen. Das heißt, die Fischengeborenen sollen die Wahrheit suchen oder neu orientieren oder etwas in Öffentlichkeit bringen und nicht zurückhaltend sein, nicht davonlaufen, sondern sich mal in die Mitte stellen. Diese Energie unterstützt, hilft oder kommt Hilfe von außen bei die Löwengeborenen und bei Wagengeborenen. Unklarheiten in die Woche erfahren die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen und eine gewisse Spannung, weil es ist kein Klarheit mehr da oder kommt kein Erfolg. Man wird nicht wahrgenommen oder man wird nicht wahrgenommen oder man übersieht gern etwas oder man findet die Wahrheit. Nicht diese Spannung oder Orientierungslosigkeit haben zurzeit die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Kraft, Mut, aktiv zu sein oder Bewegung, Sport, das ist die Marsenergie und das wechselt sich dann am Mittwoch, kommt eine andere Form von Energie, diese Marsenergie. Also ab Mittwoch kommt ein gewisser Wechsel, diese Marsenergie kann auch eine männliche Person sein, entweder in der Liebe Partnerschaft oder eine männliche Person, wo Unterstützung gibt, Mut, Kraft gibt. Und diese Energie trifft sehr gut die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Fischengeborenen und die Skorpiongeborenen. Diese Kraft oder Mut zu haben oder etwas in Bewegung setzen, das spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Kann auch eine männliche Person sein und die Krebsgeborenen sollen die Kontakt aufnehmen zu dieser männlichen Person. Hilfe, Unterstützung von außen oder Einfluss von einer männlichen Person, was auch eine Unterstützung gibt, also Hilfe, bekommen die Wassermanngeborenen und die Schützengeborenen. Etwas kraftlos fühlen sich die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Kann auch bedeuten, dass sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie ihren Kraft einsetzen oder sie fühlen müde und erschöpft oder kommt eine männliche Person und die Löwengeborenen und die Zwillingsgeborenen können nicht einschätzen, was dieser Mann überhaupt will. Kraftlosigkeit, Müdigkeit und Spannung mit einer männlichen Person, das erleben die Wiedergeborenen und die Wagengeborenen. Gesprächen, Handlungen, Terminen oder ein Nachricht. Da kommt ab Dienstag ein Wechsel, also kommt in eine andere Richtung oder bekommen wir ein Nachricht und das dreht sich alles in eine andere Richtung. Diese Energie, ein guter Nachricht oder ein wichtiger Termin oder einen Vertrag unterschreiben, damit haben Vorteile die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Skorpiongeborenen und die Krebsgeborenen. Diese Energie, Gespräche, Handlungen, das spiegelt etwas die Fischengeborenen. Das bedeutet, sie sollen nicht warten, sondern die Gespräche suchen oder einen Termin ausmachen oder einen Vertrag vorbereiten. Eine Hilfestellung, eine gute Nachricht, eine Hilfestellung bekommen die Löwengeborenen und die Waagegeborenen. Unsicherheit bei den Gesprächen, weil man nicht zuhört oder Unklarheiten oder die Frage stellen soll ich, soll ich nicht, soll ich die Nachricht annehmen oder soll ich da reagieren, soll ich den Kontakt suchen. Diese Unsicherheit und Unklarheiten bei den Gesprächen, das haben die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Eine gewisse Spannung durch die Gespräche oder Streit oder eine schlechte Nachricht haben die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen warten auf eine Nachricht und das kommt nicht und dadurch entsteht diese gewisse Spannung. Gerechtigkeit, 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 Chancen, Möglichkeiten oder Glück, das haben in die Woche die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Die Gerechtigkeit oder die Chancen wahrzunehmen spiegelt etwas für die Wiedergeborenen, das heißt die Chancenmöglichkeiten bewusst wahrnehmen. Oder sich um die Gerechtigkeit, sich einsetzen. Hilfe bekommen die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Unklarheiten, was die Gerechtigkeit betrifft oder Zweifeln an die Gerechtigkeit, das haben die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Verlust, Ungerechtigkeit erleben in den Tagen die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Liebe Partnerschaft, haben Glück die Waagegeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Das spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Für die Wiedergeborenen bedeutet, dass Gefühle zeigen, annehmen, im Gleichgewicht, im Harmonie achten, in die Liebe Partnerschaft. Eine Unterstützung oder Einflüsse von außen, was etwas in Bewegung setzt in die Liebe Partnerschaft, das erleben die Skorpiongeborenen und die Jungfraugeborenen. Unsicherheit in der Liebe, das haben die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Und etwas Traurigkeit oder Erinnerungen erleben gerade die Steinbockgeborenen und die Krebsgeborenen. Entweder eine unerfüllte Liebe oder Trennung oder Erinnerungen kann auch bedeuten Angst von Liebe, Partnerschaft, Angst von Beziehung, Angst von Nähe. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse kann Glück bringen bei die Wiedergeborenen, bei Löwengeborenen, bei Schützengeborenen, bei Wassermanngeborenen und Zwillingsgeborenen. Eine Veränderung, das ist die Spiegel für die Waagegeborenen. Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen und bereit zu sein oder mutig zu sein bei diesen Veränderungen. Hilfe, Unterstützung kommt bei Veränderungen bei Stiergeborenen und Fischengeborenen. Welche Veränderungen kommen, das hat eine gewisse Unsicherheit bei Jungfraugeborenen und bei Skorpiongeborenen. Nicht der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Sie sollen noch warten, wenn es um Umzug oder eine Veränderung geht. Träume, Visionen, Kreativität, Spiritualität, Intuition und Inspiration, da fühlen sie sich beflügelt, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen, die Waagegeborenen, die Wiedergeborenen und die Schützengeborenen. Die Löwengeborenen sollen diese Kreativität auch lebensbewusst wahrnehmen. Sie bekommen einen Spiegel in die Tage. Ein Hilfe, Unterstützung bekommen die Steinbockgeborenen und die Fischengeborenen. Was die Träume betrifft, da zweifeln daran die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Und eine gewisse Enttäuschung, weil die Erinnerungen kommen, alten Erinnerungen und sind mit Tränen verbunden. Das trifft die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Thema Loslassen, etwas beenden, von etwas trennen, kündigen. Das ist gerade der richtige Zeitpunkt bei den Schützengeborenen, bei Löwengeborenen, bei Wiedergeborenen, bei Waagegeborenen und bei Wassermanngeborenen. Das spiegelt etwas für die Zwillingsgeborenen. Sie sollen überlegen, was sollen sie loslassen oder trennen, wovon sollen sie verabschieden. Das würde unterstützen ein Loslassen, diese Transformation, die Skorpiongeborenen und Steinbockgeborenen. Die Unsicherheit, soll ich, soll ich nicht das beenden oder kündigen oder loslassen? Diese Unsicherheit haben die Stiergeborenen und Krebsgeborenen. Etwas schwierig ist jetzt etwas beenden, loslassen. Das erleben die Jungfraugeborenen und die Fischengeborenen. Die verschiedenen Lebensbereiche in die Woche. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen. Ich beginne mit Tierkreis zeichnen Jungfrau, weil die Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Jungfrau. Und bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreis zeichnen Jungfrau in Osthorizont auf. Welche Themen unterstützen die Jungfraugeborenen? Welche Lebensbereiche sollen sie eher Zeit lassen? Das möchte ich noch besprechen. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen. Es ist sehr gut, wenn sie sich in den Mittelpunkt stellen, wenn sie ein selbstbewusstes Auftreten haben, wenn sie die Wahrheit suchen oder wenn sie etwas ins Licht bringen. Die Jungfraugeborenen schauen hinter den Kulissen, vieles erkennen, was im Verborgenen liegt. Die Finanzen haben auch eine wichtige Bedeutung bei der Jungfraugeborenen. Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und die Finanzen in Ordnung bringen. Freundschaften, Bekanntschaften können die Jungfraugeborenen zurzeit auch aufbauen. Was auch sehr gut ist, Kontakte pflegen in vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft. Auch mit Kindern ist sehr gut die Verbindung und auch Kontakte zum Ausland oder Reisen. Wo sich die Jungfraugeborenen unsicher fühlen oder gibt es Unklarheiten, das sind die Ämter oder eine rechtliche Lage, wie zum Beispiel Erbschaftssache oder Ämter wie Finanzamt, Finanzamt, Versicherungen, Banken. Da sind noch Unklarheiten da und was den Alltag betrifft, den Arbeitsplatz oder die Pflichten nachzugehen und den Gesundheitszustand. Was der Jungfraugeborenen ist auch wichtig, bewusst wahrzunehmen, das ist die Liebe Partnerschaft. Wo die Jungfraugeborenen eine gewisse Spannung verspüren, das ist das eigene Zuhause. Entweder kommt eine Kündigung oder sie sollen umziehen. Kann auch bedeuten, dass gerade in die Wohnung etwas kaputt geht oder man sollte Geld investieren in Haus oder Wohnung. Also da entsteht eine gewisse Spannung, kann auch bedeuten, dieser Zuhause, dieser Rückzug, das gerade nicht gut ist für die Jungfraugeborenen, sondern sie sollen eher aktiv sein, rausgehen. Wo noch eine gewisse Spannung da ist, das ist die Anerkennung, diese Erfolg, Anerkennung oder Respekt bekommen. Das sollen sie die Jungfraugeborenen verlangen von anderen. Die Tierkreis zeichnen Waagegeborenen. Welche Themen sind sehr gut momentan? Die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, die Finanzen in Ordnung bringen oder Gewinnchancen haben gerade diese Gewinnchancen, die Waagegeborenen. Auch ihren Selbstdarstellungen, die selbstbewusste Auftreten, wahrgenommen zu werden. In vertrauten Umgebung oder eine kleine Reise oder kleinere Veränderung oder Kontakte in Verwandtschaft oder Nachbarschaft, ein Fest, eine Einladung. Das unterstützt auch die Waagegeborenen. Die häuslichen Bereiche auch sehr gut. Ein Rückzug, diese Erholung oder was für schönes Zuhause. Das ist auch eine sehr schöne Energie. Und dieser Rückzug gibt auch diese Ruhe und Kraft, das unterstützt die Waagegeborenen. Die Waagegeborenen bekommen auch Anerkennung und Lob. Wo sie unsicher fühlen, das ist die Ämten und auch die Reisen oder Ausland, Auslandskontakte. Die Waagegeborenen sollen aber die ämtlichen Situationen auch ernst nehmen und auch darum kümmern, dass das alles geklärt ist und alles in Ordnung kommt. Wo die Waagegeborenen Spannung verspüren, das ist die Verbindung zu eigenen Kindern oder Bekanntenkreis, Freundeskreis. Thema Kind muss nicht unbedingt die eigenen Kind sein, sondern Erinnerungen an eigene Kindheit, dieses inneren Kind zu pflegen. Und hier ist auch die schöpferische Kraft zu verborgen. Etwas mit spielerisch betrachten, dass diese Leichtigkeit fehlt momentan bei den Waagegeborenen. Die Skorpiongeborenen. Die Skorpiongeborenen haben Glück in vertrauten Umgebung mit Nachbarschaft, Bekannten oder Verwandten. Da bewegt sich etwas. Die haben auch einen Vorteil, kleinere Veränderungen vorzunehmen oder eine kleine Reise zu planen. Die Skorpiongeborenen haben auch sehr gute Energie, was die Wertschätzung betrifft und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Eigene Zuhause hilft auch etwas für die Skorpiongeborenen. Entweder finden die innere Ruhe, Gleichgewicht oder sie verschönern etwas zu Hause. Oder können sie etwas wohnlich verändern, verbessern. Bei den Skorpiongeborenen ist auch sehr gute Zeit, die Selbstdarstellung mal sich im Mitte zu stellen, wahrgenommen werden. Sie haben auch eine gute Verbindung mit ihren Kindern oder Arbeit mit Kindern oder das inneren Kind. Da liegt auch die schöpferische Kraft, diese Kreativität. Freundeskreis, Bekanntenkreis unterstützt auch die Skorpiongeborenen. Und sie können vieles klären, was die ämtliche Situation betrifft. Wo die Skorpiongeborenen eine gewisse Unsicherheit verspüren, Das ist die Partnerschaft und auch die Anerkennung oder die Berufung oder Respekt. Also die Aufgabe ist Respekt verlangen. Die Skorpiongeborenen sollen nach einer großen Reise orientieren. Das kann Kontakte sein zu Ausland oder eine Reise. Diese Reise kann auch eine inneren Reise sein. Wo die Skorpiongeborenen Spannung haben, das ist die berufliche Situation oder irgendwelche Gespräche hinter dem Rücken. Also die Feinde, die sich nicht sichtbar machen, sondern hinter dem Rücken etwas Unwahres erzählen zum Beispiel. Wo eine gewisse Spannung haben, die Skorpiongeborenen, das ist die berufliche Umfeld oder Spannung mit Kollegen, kann auch die Gesundheitszustände, dass sie angeschlagen fühlen, müde und erschöpft. Und all das, was hinter den Kulissen passiert, also kann bedeuten, dass hier auch um Feindschaften geht oder jemand erzählt etwas Unwahres und das alles hinter dem Rücken. Die Therkreis zeichnen Schützengeborenen, haben eine gute Energie, was die Wohnsituation betrifft, zurückziehen, in dieser Ruhe und Kraft zu bleiben, wohnlich etwas verschönern, verändern, verbessern. Die Schützengeborenen haben auch gute Kontakte mit Nachbarschaft oder Bekannten, Verwandten. Da bewegt sich auch etwas, gute Zeit für eine kleine Reise machen oder für kleinere Veränderungen. Die Schützengeborenen haben auch die schöpferische Kraft und auch Kinder, Arbeit mit Kindern oder ein guter Kontakt zu Kindern. Und dieses Thema Kinder bedeutet auch die eigene Kindheit, diese schönen Erinnerungen. Die Schützengeborenen stehen zu ihren Werten, können auch ihren Finanzen verbessern. Auch berufliche Verbesserung ist auch möglich. Auch in die Liebe Partnerschaft ist sehr gut. Und was die Ämten betrifft, da können sie die Schützengeborenen einiges in Ordnung bringen. Wo Unsicherheit und Unklarheiten sind, das ist der Freundeskreis und die Reisen, die Ausland und Auslandskontakte. Was für die Schützengeborenen ist wichtig, da in diese Richtung schauen, die Berufung und Anerkennung und Respekt. Wo eine gewisse Spannung ist, dass die unsicher sind oder sie können etwas nicht präsentieren, weil diese Unsicherheit oder Angst da ist. Es ist möglich, dass eine gewisse Spannung in die Liebepartnerschaft abkommt, weil die Schützengeborenen haben Angst oder trauen sich nicht etwas zu sagen oder sich durchsetzen. Die Dirkreizzeichnen Steinbockgeborenen haben eine gute Energie, was die Kinder betrifft. Auch die eigene Kindheit, diese Erinnerungen oder Arbeit mit Kindern. Und in diesem Bereich liegt auch die schöpferische Kraft und das haben die Steinbockgeborenen auch. Das eigene Zuhause ist auch sehr gut. Ein gewisser Rückzug, die Ruhe bewahren oder zu Hause etwas verschönern. Verbesserung auch in die Arbeit und auch in die Partnerschaft auch sehr gut. Auch gute Kontakte mit Bekannten, Verwandten. Wo die Steinbockgeborenen unsicher fühlen, das ist all das, was hinter den Kulissen passiert. Sie haben das Gefühl, da sind Geschwätze hinter dem Rücken oder jemand versucht, andere schlecht zu machen oder versucht, Stein im Weg zu legen, also die Feinde. Das Feinde, das ist auch ein Thema, gerade bei den Steinbockgeborenen, das fehlt einfach die Vertrauen. Viele Steinbockgeborenen suchen ihren wahren Berufung oder die Anerkennung, Respekt im Beruflichen und das fehlt ein bisschen. Obwohl es ist gut möglich, die berufliche Situation verbessern, aber das ist immer noch nicht die wahre Berufung. Was die Steinbockgeborenen spiegelt, das sind die Freundschaften. In die Freundschaften, da aktiv zu sein oder neue Freundschaften knüpfen oder die Verbindung herstellen mit Bekannten und Freunden. Aber achtsam sein, weil die Steinbockgeborenen haben zurzeit auch Feinde. Wo gewisse Spannung da ist, das sind die Finanzen und die Ämter. Die Türkreis zeichnen Wassermanngeborenen, ist eine gute Zeit beruflich etwas verändern. Die Wassermanngeborenen haben tolle Ideen, sie verspüren auch die schöpferische Kraft. In der Liebepartnerschaft verbessert sich auch etwas und auch die Wohnsituation und auch die ämtlichen Gelegenheiten sind sehr gut. Wo die Wassermanngeborenen unsicher fühlen, das ist das eigene Selbstdarstellung, soll ich, soll ich nicht. Und auch die Bekanntenkreis, Freundeskreis, da das Gefühl zu haben oder die Frage stellen, kann ich jedem vertrauen oder nicht. Also da entsteht eine gewisse Unsicherheit oder Misstrauen. Und wo Spannung ist, da sind die kleinere Veränderungen und eine kleine Reise oder eine große Reise oder Kontakte zum Ausland. Also für die Wassermanngeborenen ist gerade eine ungünstige Zeit, auf die Reise zu gehen. Die Türkreis zeichnen Fischengeborenen, können beruflich etwas verändern. Sie können auch ihre ämtlichen Sachen in Ordnung zu bringen. Auch in der Liebepartnerschaft haben eine gute Energie, das alles in Ordnung zu bringen. Die Fischengeborenen haben auch die schöpferische Kraft. Sie haben auch einen guten Bezug zum Kinder, auch zur eigenen Kindheit. Die Reise, ob das kleine Reise ist oder große Reise, ist auch sehr gut bei den Fischengeborenen. Auch in vertrauter Umgebung kommen gute Kontakte. Wo die Fischengeborenen unsicher fühlen, das sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und auch die Freundeskreise stellen die Frage, wen kann ich vertrauen, wen kann ich nicht vertrauen. Was etwas spiegelt, die Fischengeborenen, das ist das eigene Ich, das Selbst, das die Fischengeborenen zeigen, dass sie zu sich selbst stehen und es auch zeigen. Wo Spannung ist, das ist die Fundament, die Basis, die Zweifel daran. Und viele Fischengeborenen haben das Gefühl, gerade die sicheren Boden unter den Füßen verlieren. Also dieser Zustand, es hängt alles in Luft und sie wissen nicht, wo liegt die wahre Berufung, wo ist ihren Platz im Leben, was gibt Sicherheit, Stabilität. Die Wiedergeborenen haben eine gute Energie in den Tagen, was die ämtlichen Situationen betrifft. Auch beruflich ist eine Unterstützung, weil viele Wiedergeborenen können beruflich etwas verbessern. Eine Reise, ob das jetzt kleine Reise ist oder große Reise, unterstützt auch die Wiedergeborenen. Auch die Berufung zum Leben und diese Basis, diese Fundament, das finden zurzeit die Wiedergeborenen. Wo Unsicherheit da ist, das eigene Selbst, wo sie daran zweifeln, oder fehlt das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein. All das auch zeigen, diese Stärke, dieses Selbstvertrauen. Da entsteht eine gewisse inneren Unsicherheit oder Zweifel an sich selbst. Was wichtig ist bei den Wiedergeborenen, weil das spiegelt etwas, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl und die Finanzen. Wo eine gewisse Spannung da ist, da sind die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder das inneren Kind oder die Erinnerungen von eigener Kindheit. Da kommen Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind. Und die Freundeskreis, Bekanntenkreis, da entsteht auch eine gewisse Spannung. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, haben gute Zeit, eine Reise zu machen, die ämtliche Situation in Ordnung zu bringen, ihre wahre Berufung zu leben, auch in die liebe Partnerschaft und auch bei Bekanntenkreis, Freundeskreis. Wo die Stiergeborenen unsicher sind, das ist ihren eigenen Zuhause. Vielleicht stellen die Frage, ist das mein Ort überhaupt oder sollen sie umziehen, was sollen sie verändern zu Hause. Und Unsicherheit, was die Finanzen betrifft, aber auch Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Eine kleinere Veränderung oder eine kleine Reise oder Besuch in Verwandtschaft, das wäre ein wichtiges Thema. Das spiegelt etwas für die Stiergeborenen. Und wo Themen haben die Stiergeborenen, das sind die geheime Feinde. Und das kann auch passieren, dass hinter dem Rücken irgendwelche Geschwätze sind oder Intrigen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, haben eine gute Zeit, ihre wahren Berufung zum Leben. Dann auch gute Zeit für eine Reise. Diese Reise kann auch eine inneren Reise sein. Für die Zwillingsgeborenen ist auch sehr gut, Bekanntenkreis, Freundeskreis oder aktiv zu sein in einer Gruppe wie Sportverein oder eine Partei oder das zum Gründen. Es ist auch wichtig, momentan die ämtliche Situation in Ordnung zu bringen. Auch beruflich etwas zu verbessern und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Wo die Zwillingsgeborenen unsicher fühlen, das sind die Kinder, Themenkinder oder eigene Kindheit und die Verwandtschaft. Was wichtig ist, gerade für die Zwillingsgeborenen, weil in den Tagen spiegelt das Leben etwas für die Zwillingsgeborenen. Und das ist die Basis, die Fundament, das Gefühl zu haben, einen sicheren Boden unter den Füßen. Wo Spannung entsteht, das ist der Gesundheitszustand oder das eigene Selbst, die Selbstdarstellung, entweder weil da Unsicherheiten sind oder Angst. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen haben eine gute Zeit, was die Freundeskreis, Bekanntenkreis betrifft. Auch die Berufung zu leben. Es ist auch gute Zeit, die hinter den Kulissen schauen oder die Geheimnisse zum Erfahren oder eine spirituelle Richtung. Eine Reise oder Auslandskontakte ist auch sehr gut für die Krebsgeborenen. Diese Reise kann auch eine inneren Reise sein. Und die Krebsgeborenen gelingt zur Zeit, zu sich selbst zu stehen. Die wahrgenommen werden in vertrauter Umgebung, aber auch in die liebe Partnerschaft. Wo sich unsicher fühlen, das ist die Fundament, die Basis, die Zweifel daran. Das kann auch die Wohnsituation, das eigene Zuhause sein. Da stellen Sie die Frage, ist das überhaupt mein Ort? Ich fühle mich zu Hause nicht wohl. Ich finde meine Ruhe nicht. Oder die Bedürfnis, etwas zu verbessern, verändern in Wohnsituationen. Und die Gesundheitszustände, das ist etwas lobil. Wo Spannung entsteht bei den Krebsgeborenen, das sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen und die ämtlichen Themen, eventuell die rechtlichen Situationen. Die Türkreis zeichnen Löwengeborenen, haben eine gute Zeit, die Bekanntenkreis, Freundschaftskreis zu kümmern oder in einer Gruppe aktiv zu sein, wie ein Sportverein oder Partei oder das Gründen. Die Löwengeborenen schauen auch hinter den Kulissen und sie erfahren die Wahrheit. Sie stehen auch zu sich selbst und sie können sich verwirklichen, bekommen sie Anerkennung, Lob und Respekt. Und sie fühlen auch diese Sicherheit. Wo die Löwengeborenen unsicher sind, das ist die Kinder, Themen mit Kindern, entweder eigenen Kinder oder die Erinnerung an eigene Kindheit oder Arbeit mit Kindern. Und daran liegt auch die schöpferische Kraft. Wo sie verbessern sollen, das ist der Gesundheitszustand und mehr Sicherheitsgefühl in die Arbeit, dass da die Kraft wieder da ist. Wo eine gewisse Spannung besteht, das ist eine kleine Reise oder eine große Reise, eine kleine Veränderung oder große Veränderung. Die Kontakte mit Familien oder Kontakte mit Ausland. Die Mondbewegung. Mond hat einen Einfluss auf unsere Tagesereignisse. Mondtag ist ein Mondtag und das bedeutet, dass wir intensiver unseren Gefühlen wahrnehmen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Diese Mondhäuser sind nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich einer hübschen jungen Dame und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegevater sagt dann zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Das ist die Hintergrundgeschichte. Und das beschreibt die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Natürlich die Einfluss kommt von Sternen. Also Montag, wie ich schon sagte, das ist ein Mondtag. Also wir nehmen unsere Träume intensiver wahr, unseren Gefühlen. Das kann bedeuten, dass ein gewisser Zweifel da ist oder ein Wechsel in diesem Tag. Mond befindet sich in Tierkreis zeichnen Wassermann. Und die Mondhaus hat einen Einfluss von Sternbild Pegasus. Dieses Sternbild Pegasus ist dieser geflügelten Pferd. Die Thema ist Angst loslassen, von Angst zu befreien, beflügelt zu sein. Und Markab ist die Sattel dieses Pferdes, hat einen starken Einfluss auf die heutigen oder die Mondbewegung an diesem Montag. Und das bedeutet, die Sattel selbst in Hand zu nehmen. Etwas in Bewegung setzen, ohne Angst, mit Leidigkeit. Und diese Mondenergie hilft die Wassermanngeborenen, hilft die Waagegeborenen und Zwillingsgeborenen, unterstützt auch die Wiedergeborenen und die Schützengeborenen. Hilfe bekommen auch von außen die Steinbockgeborenen und die Fischengeborenen. Diese Mondenergie spiegelt etwas für die Löwengeborenen, zwar im inneren Gleichgewicht zu bleiben, nicht aus der Ruhe kommen. Diese Mondenergie verunsichert die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Das ist die innere Unsicherheit. Eine gewisse Spannung wie Unsicherheit, Nervosität oder Wut oder Aggression, diese Spannung haben Montag die Stiergeborenen und die Skorpion geboren. Dienstag ist Vollmond. Und das bedeutet, dass die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüberstehen. Die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichnen, Jungfrau, Mond befindet sich in Tierkreiszeichnen, Fischen. Und die Energie, die Jungfrau etwas in Ordnung zu bringen, die Sonne zeigt auch die Klarheit, die Orientierung. Es ist auch Heilenergie und das Thema ist Ordnung. Und die Fischenenergie ist die Träume, die Visionen, die Intuition, die Inspiration und das Glauben, das Vertrauen und Geschehen lassen. Das ist die Vollmondenergie. Natürlich ist es anders berechnet als im westlichen Astrologie. Dieser Dienstag ist ein Mars-Tag. Mars ist eine männliche Kraft, was wir Frauen auch haben. Das ist die Mut und Kraft, etwas in Bewegung setzen, uns wehren und natürlich uns durchsetzen im Leben. Mond befindet sich also in diesem Dienstag, bei diesem Vollmond, in Tierkreiszeichnen, Fischen. Und dieses Mondhaus bedeutet Wohltätigkeit, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. Diese Mondenergie ist sehr gut für die Fischengeborenen, für Skorpiongeborenen, die Krebsgeborenen, die Stiergeborenen und die Steinbockgeborenen. Ein gutes Gefühl zu haben oder intuitiv handeln, die Zügel in Hand zu nehmen. Das war schon Montag, aber Dienstag ist immer noch diese Bewegung, immer noch diese Kraft, uns durchsetzen, etwas in Bewegung setzen. Diese Mondenergie hilft die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Etwas spiegelt für die Jungfraugeborenen, die Spiegel ist im inneren Gleichgewicht bleiben oder etwas ausgleichen, in Harmonie zu sein. Diese Mondenergie, was unsere Gefühle beeinflusst, verunsichert in diesem Dienstag die Löwengeborenen und die Wagengeborenen. Und eine gewisse Spannung haben die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Und das bedeutet entweder Unsicherheit oder Wut oder kommt jemand aggressiv. Also man verliert den inneren Gleichgewicht oder verliert man leichter die Ruhe. Mittwoch am 26. September, Mittwoch ist ein Merkur-Tag. Und dieser Tidhi, was nichts anderes ist als die Entfernung nach Vollmond, Sonne- und Mondentfernung, diesem Tag. Dieser Mittwoch eignet sich sehr gut für Neubeginn oder etwas planen für die kommenden 14 Tage, was wir etwas Neues starten möchten. Mond befindet sich immer noch in der Kreiszeichnung Fischen und wird beeinflusst von Sirach. Und dieser Sirach ist, dieser Stern, Sirach befindet sich im Sternbild Andromeda. Und Andromeda ist die gefesselte Königstochter, die Angst hat, bis dann Perseus Andromeda befreit. Und das ist das wichtigste Thema von Angst zu befreien. Diese Mondenergie unterstützt oder das ist eine ganz, ganz tolle Energie für die Fischengeborenen, für Krebsgeborenen, von Skorpiongeborenen, für Stiergeborenen und für Steinbockgeborenen. Entweder haben die inneren Ruhe oder kommen Einflüsse von außen, was ein gutes Gefühl erzeugt. Also diese innere Harmonie ist da und natürlich die Mondenergie bedeutet auch kleinere Veränderungen im Leben, also in dem Alltag. Mond wirkt auf diesem Alltag und gerade für Neuanfang diese Mondkraft unterstützt, wie ich schon sagte, die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen, die Skorpiongeborenen, die Stiergeborenen und Steinbockgeborenen. Einflüsse von außen und Unterstützung haben die Wiedergeborenen und Wassermanngeborenen. Diese Mondenergie spiegelt etwas für die Jungfraugeborenen und die Spiegel ist im inneren Gleichgewicht bleiben. Innere Unsicherheit verspüren die Löwengeborenen und Waagegeborenen und Spannung, wie zum Beispiel Wut oder ein ungutes Gefühl. Das haben immer noch die Zwillingsgeborenen und Schützengeborenen. 27. September ist Donnerstag. Donnerstag ist ein Jupitertag und das bedeutet die Gerechtigkeit oder Chancenmöglichkeiten wahrzunehmen oder etwas vermehren, vergrößern. Und die Entfernung zwischen Sonne und Mond, was die Tidhi beschreibt in indischen Astrologie, sagt für diesen Tag die Gleichgewicht, etwas im Gleichgewicht bringen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichnen wieder und die Mondhaus, also das ist die Tagesbewegung des Mondes, übergeht Mond von dem einen Mondhaus Aschvini zu dem nächsten Mondhaus Parni. Und das ist ein Symbol für Neugeburt, zu Neuanfang. Und etwas Neues starten, diese Energie ist sehr gut für die Wiedergeborenen, für Löwengeborenen, für Schützengeborenen, für Zwillingsgeborenen und für die Wassermanngeborenen. Einflüsse von außen in diese Richtung, Neubeginn oder Neuanfang, nicht von sich aus, sondern weil die Einflüsse von außen da sind, aber das ist eine Unterstützung, das erleben die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Diese Energie spiegelt etwas für die Waagegeborenen an diesem Donnerstag überlegen, was können sie Neues starten, was begeistert und selbst aktiv zu sein. Eine gewisse Unsicherheit, besonders wenn es um Neuanfang geht, weil alles so, alles in die Schwebe, alles fühlt sich so unsicher an. Diese Gefühle haben die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen und ein Neuanfang zum Starten, da sind Hindernisse bei den Steinbockgeborenen und bei den Krebsgeborenen. Freitag ist ein Venus-Tag. Venus ist die Tag der Liebe, aber auch die Harmonie und Kreativität und Schönheit und Frieden. Und das ist die dritte Titi und das bedeutet Einflüsse von außen oder es kommt alles aus dem Gleichgewicht, wobei Venus braucht die inneren Gleichgewicht und Harmonie. Die Aufgabe ist in diesem Freitag auf die Einflüsse achten, welche Einflüsse kommen von außen, weil jemand oder etwas versucht, dieses Gleichgewicht zu stören und die Aufgabe ist trotzdem im inneren Gleichgewicht bleiben. In diesem Freitag ändert sich die Sonnenenergie, weil die Sonne befindet sich in einem anderen Mondhaus und dieser Mondhaus, dieser neue Mondhaus, wo sich die Sonne ab Freitag befindet, heißt Hasta. Übersetzt heißt es Handlungen und dieser Mondhaus wird von Windemiatrix bestrahlt. Windemiatrix ist in griechischer Mythologie die Weinleserin, steht in Verbindung zum Weingott Dionysos und zeigt, es trägt etwas Früchte oder die Fröhlichkeit, Tanz, Musik, Fest und die Sonnenkraft bedeutet, das gibt Lebenskraft, diese Fröhlichkeit, dass wir das Leben auch genießen sollen. Oder wenn wir etwas beginnen und wir haben die Klarheit und die Orientierung, das trägt Früchte, also da ändert sich die Sonnenenergie. Mond befindet sich Freitag immer noch in Tierkreis, zeichnen wieder und die Mondhaus heißt noch Harani und das bedeutet göttliche Fürsorge, Gastfreundschaft. Und wir sollen falsche Handlungen vermeiden oder wenn jemand falsch zu uns ist, es kommt ins Licht. Diese Mondkraft, diese Mondenergie, gerade was die Fürsorglichkeit betrifft oder Gastfreundschaft oder Fest oder das Thema etwas starten, was Früchte tragen soll, vermehren soll, das ist ein guter Neuanfang für die Wiedergeborenen, Schützengeborenen, Löwegeborenen, Zwillingsgeborenen und Wassermanngeborenen. Hier für Unterstützung bekommen die Stiergeborenen und die Fischengeborenen. Das spiegelt etwas für die Waagegeborenen in Leichtigkeit bleiben oder ein Fest teilzunehmen, also nicht zurückziehen, sondern aktiv zu sein. Eine gewisse Unsicherheit verspüren die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen und Spannung haben die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Und die Spannung bedeutet, wenn sie etwas starten möchten, was vermehren soll oder Gewinn bringen soll, wo sie dieses Bedürfnis haben, das soll Früchte tragen, das ist etwas schwierig. Und das ist nicht der richtige Augenblick, das zum Starten, das trifft die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Samstag ist ein Saturn-Tag. Saturn ist der große Lehrmeister, beeinflusst unserem Schicksal, unserem Karma. Und die Tidhi, das ist die Entfernung zwischen Sonne und Mond nach Vollmond, ist ein Thema, was die Kreuzung betrifft. Wir haben Samstag eine Kreuzung und das bedeutet für einen Moment stehen bleiben und überlegen, wie geht das jetzt weiter? Gehen wir nach vorwärts oder rückwärts oder nach links oder rechts? Also diese Kreuzung kann auch bedeuten, dass jemand kreuzt in unserem Lebensweg und das würde bedeuten, schicksalhafte Begegnungen. Mond befindet sich Samstag im 29. September in Tirkreid, zeichnen Stier. Und dieser Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes, heißt Kritika und hier wird beeinflusst von den Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Geschwister und alte Baran ist das Auge des Stieres, dieser königlichen Stern zeigt den Weg. Das sind Verbindungen mit unseren Geschwistern oder unserem Lebensweg, wird beleutet, treffen wichtige, schicksalhafte Entscheidungen. Und diese Kritika ist eine Feuergöttin und so ähnlich wie in griechischer Mythologie Prometheus, was die Feuer überbringt an die Menschen, das heißt die Begeisterung. Also Samstag kommen schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen, der Weg wird beleutet, treffen wir schicksalhafte Entscheidungen und wir sollen in die Richtung gehen, was uns begeistert. Mond befindet sich in Tirkreid, zeichnen Stier, diese Mondenergie, die Tagesenergie eigentlich, unterstützt die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Krebsgeborenen und die Fischengeborenen. Eine Unterstützung können die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen erwarten. Dieser Stiermond spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen, die eigenen Gefühle wahrnehmen, in innerer Harmonie, in innerem Gleichgewicht bleiben. Diese Mondenergie verunsichert die Waagegeborenen und die Schützengeborenen und eine gewisse Spannung, innere Unruhe oder Wut, das erleben die Wassermanngeborenen und die Löwengeborenen. Sonntag, am 30. September, die Entfernung zwischen Sonne und Mond aktiviert etwas und das ist unsere schöpferische Kraft. Das ist die fünfte Titi, hat auch einen Bezug zu unseren fünf Sinnesorganen. Mond befindet sich im Stier, die Mondhaus heißt Rohini und das war dieses junges Mädchen, wo Mond sich verliebt hat und hat die Heiratsantrag gemacht. Das ist die jugendliche Frische und das, was wir verspüren, ein Neuanfang, eine jugendliche Frische oder diese schöpferische Kraft und Lebensenergie. Diese Mondenergie unterstützt die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, die Jungfraugeborenen, die Krebsgeborenen und die Fischengeborenen. Hilfe, Unterstützung können die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen erwarten. Die Einfluss kommt von außen. Dieser Stiermond spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen und das bedeutet im inneren Gleichgewicht bleiben, die eigenen Gefühle wahrnehmen, aber auch Aufmerksamkeit zeigen für andere und sorgen für die Harmonie. Eine gewisse Unsicherheit haben die Waagegeborenen und die Schützengeborenen und Spannung, Unruhe, Nervosität, das haben die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen, was ist es und wie funktioniert es. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Fragen und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Denderasusannamedici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.